Herzlich willkommen am Siemens-Stand auf der Security 2014. Unser Thema jetzt ist Evakuierungssimulation und zu diesem Thema begrüße ich Markus Niederberger. Er ist Business Development Manager und wird uns das Thema erläutern hier am Exponat. Hallo Herr Niederberger. Hallo Frau Brünoch. Sie zeigen hier verschiedene Szenarien, bei denen die Evakuierung aus Gebäuden simuliert wird. Wann braucht man solche Simulationen? Für die Anwendung dieser Simulation gibt es eine Vielzahl von Möglichkeiten. Entweder man nützt sie in einer sehr, sehr frühen Planungsphase, wenn das Gebäude erst am Entstehen ist. Dann gibt es Möglichkeiten, das Gebäude schon in der frühen Phase, in der Designphase, auf seine Durchgängigkeit und Funktionalität zu überprüfen. Oder aber auch für uns, für all unsere vielen Bestandskunden, gibt es die Möglichkeit, bestehende Evakuierungskonzepte zu überprüfen, beziehungsweise zu schauen, ob diese noch dem tatsächlichen Stand entsprechen. Oder auch für Trainingszwecke, für Ersthelfer, für Stockwerksbeauftragte oder tatsächlich für Sicherheitskräfte oder im Bereich von Evakuierungskonzepten Personen, die in diesem Umfeld beschäftigt sind. Wie sieht das Angebot von Siemens im Detail aus? Das Angebot selbst ist so, dass wir diese Software nicht verkaufen, sondern in Form eines Service an unseren Kunden anbieten. Dieser Service muss man sich so vorstellen, dass wir uns zu Workshops mit den Kunden treffen, mit den Kunden dann auch die gemeinsamen Ziele festlegen, vom Kunden uns Pläne geben lassen, dann mit unseren Experten die Daten aufnehmen, die Simulation durchspielen, mit den Kunden die ersten Ergebnisse dann verifizieren und zum Abschluss dann einen Report vorlegen und zusätzlich diesen Report anreichern mit Screenshots oder Videobildern oder ähnliches, um die auf kritische Szenen oder kritische Bereiche aufmerksam zu machen. Aber sagen Sie, ist es wirklich möglich, mit Softwarealgorithmen Paniksituationen zu vermeiden? Eine echte Panik zu vermeiden, wäre zu viel versprochen. Aber man kann unter Umständen diese Situationen schon von vornherein versuchen zu vermeiden oder schon von vornherein auf diese Situationen aufmerksam zu machen. Und wenn die Panik sich tatsächlich nicht vermeiden lässt, macht man sie aber eher managbar, als ohne das Wissen, was im Falle einer Evakuierung einem bevorsteht. Verstehe. Welche unterschiedlichen Einsatzfelder gibt es für diese Evakuierungssimulationen? Einsatzfelder gibt es jetzt generell zwei große. Es gibt den Einsatz in Anführungszeichen zur Planung oder zur Beurteilung von bestehenden oder von neuen Gebäuden. Und die Einsatzfelder hinsichtlich dem, welche Kunden oder welche typischen Kunden man dort heranziehen kann, kann man das eigentlich sehr, sehr einfach beantworten mit der Aussage, überall dort, wo viele Personen in einem Gebäude sind und da dabei ist es nahezu unabhängig, ob die Personen Ortskenntnis haben oder keine Ortskenntnis haben. Nehmen wir ein Bürogebäude, wo Personen drin sind, die kennen sich dort aus, aber genauso gut würde es funktionieren für ein Hotel, wo wir sehr viele Personen haben, die nahezu keine Ortskenntnis haben. Beide diese Situationen würden sich simulieren lassen mit unterschiedlichen Parametern und Analysefunktionen. Jetzt hatten Sie vorher gesagt, dass sich die Simulation auch für Trainingszwecke nutzen lässt. Können Sie das noch genauer erklären? Selbstverständlich. Insbesondere zu Trainingszwecken bekommen wir auch von unseren Kunden ein sehr, sehr gutes Feedback zu diesem Thema. Speziell sind diese Evakuierungsdrills oder Evakuierungstrainings ein sehr, sehr unbeliebtes Thema. Mit diesem Simulationstool sind wir aber in der Lage, auch die Vorteile einer geplanten und reibungslosen Evakuierung ganz besonders herauszustellen. Und damit kommt für den Kunden oder auch für die Personen, die an diesem Szenario beteiligt sind, kann man das ganz besonders gut hervorheben, um zu zeigen, was für Vorteile bringt es mir, wenn ich ganz plakativ den Personen zeigen kann, dass es unter Umständen zwei Minuten Zeit spart, wenn die Leute gut ausgebildet sind, dann macht man es denen wirklich sehr, sehr einfach, auch die Leute dafür zu gewinnen, tatsächlich an diesen Evakuierungstrainings teilzunehmen und die nicht mehr länger als, sagen wir mal, unangenehmes und lästiges Übel zu sehen. Ja, das ist beeindruckend. Wenn wir jetzt nach vorne schauen in die Zukunft, welches Potenzial hat die Evakuierungssimulation noch? Die Software selber, ich habe vorher gesagt, wir nutzen sie heute rein als Dienstleistung, als Service. Für die Zukunft sehen wir sehr viel Potenzial hinsichtlich Betrieb als Online-System, als Bestandteil eines Management-Systems oder aber auch, um morgen aktiv Fluchtweglenkung zu steuern und die Leute schon von vornherein über sichere Wege nach draußen zu leiten, mit dem Wissen über eine Belegung des Gebäudes oder aber auch mit dem Wissen, wo im Gebäude ist eine Gefahrensituation, welche Bereiche sind zu meiden. Hinsichtlich genau diesen aktiven Systemen steckt sehr, sehr viel Potenzial in diesen Systemen, welche man zukünftig daraus garantiert nutzen kann. Das ist sehr spannend. Danke Ihnen, Herr Niederberger, für die Info. Erfolgreiche Messe noch wünsche ich Ihnen. Dankeschön. Wünsche auch einen schönen Tag. Dankeschön. Dankeschön und danke an Sie fürs Zuschauen. Dankeschön.